Hallo Party People, hallo Volks, DJ Antoine, das bin ich und die heissesten Beats, die neuesten Hits von mir und die aktuellen Hits und Hits von gestern und von morgen gibt es im DAS Zelt die heisseste Party Location im heissesten Zelt. We pop up with champagne und haben eine heisse Party. Und ich kann nur empfehlen, machen mit am Wettbewerb, dort gibt es noch Tickets zu gewinnen und wenn ihr Glück habt, gibt es vielleicht auch ein Meet & Greet mit mir und ein Glas Champagner. Peace, DJ Antoine, welcome to DAS Zelt. Danke.